Sag mal, bist du blind? Ich quatsch hier gerade. Jetzt komm. Hey, Pfoten weg! Auseinander! Schmidt! Wellmann! Na, ab! Ja, ist ja gut. Na, was ist? Jetzt seh ich jeden Tag die Narbe in deiner hässlichen Visage. Das gefällt mir. Brauchst du ja also nicht in die Hosen zu scheißen. Noch nicht. Schmidt, das reicht! Zeigen Sie endlich Ihre Zelle! Und machen Sie sie mit den Regeln vertraut!